Pavels Group is advancing towards Tretikoskaya also known as Venice they have a few hours lead on me and are moving via frequently used tunnels but I will catch up I can't afford not to ja werden sie einholen ok und banditchen ah das gefällt mir nicht dass es so da steht nein kathrine lebst du noch nein kathrine schade meine gasmaske ist hin verdammt ne kathrine lebst du noch alles heil also nur ein paar beulen das schaffst du halte durch ja nein das ist meine kathrine da niemals aufgeben geil oh Moment warte das loot ok das kein loot wurde verarscht ist verarschungs loot na toll selbst tier ernsthaft was ist los schön wann kommen die banditen klaff klaff ja das sehe ich na ist gut so woher refuges from the red line I'm a charge here basically no there's nobody under my command all the battle worthy man went with the other caravan half a click ahead I thought they protect us but they were attacked we heard the shooting it subsided but it doesn't look like our people survived so we can't go any further and if we go back it's the firing spot for us you look like you've seen your share of fights can you help us and it's not for me but I pity the children so what do we do now how do we live without them they might still be alive don't bury them yet but the shooting the shooting was so loud and now there is nothing and what if they won why why don't they come for us then they might come soon let's just wait do you think they killed them all they could have or it could be worse how women were with them yasha if ignorance is bliss you're the happiest guy around so are we going to help our guys or what what help can just the two of us be if they're hidden down we could flank the bandits let's get ready then you're not going anywhere who is going to protect the women and children but we can't let the bandits butcher our guys that stranger is going to help us looks like he's worth 20 of you anyway you are an idiot to believe you're andre the blacksmith oh it's safe you'll get there in no time and you dragged me here and now we're all gonna die because of your stupid blacksmith shut your mouth andre is safe he got us all out and lots of people before us yeah he got us out just to be robbed by bandits and how the hell was he supposed to know about the bandits then he shouldn't tell people it's safe such bullshit how about the gv he did save us from them and what difference does it make if we're still going to be killed by bandits dumb woman i don't even want to look at you very interesting you tell me yasha what made you flee your organization before a boy of your age has no business you have to go out they always looked me but then i was summoned to do mom said with my luck i bite the dust the second i hit the front lines so she got me into this caravan which seems like a mistake now you're still young you'll find a place for yourself if we get anywhere but me i served them for 20 years 20 they gave me a pension a hundred grams of mushrooms and a bullet a day and they don't let me beg saying it's a disgrace to the motherland so i choose treason over hunger though who'd ever need me so i left cause the war is approaching and our station's right in the way during the last war the people ran but there was rifle squad of our own soldiers at the rear they just shot everyone women, children, old men to not let the panic spread so i learned a lesson and ran before it started and here we are stuck yes you guys at the edge stations have it tough not that we're better off my husband got drafted so i waited for him then one of his squad mates came over i thought that's it he's dead but no he was captured by the nazis that means his family goes to the camp if you surrender you're a traitor dad's no traitor he's a hero a hero real hero of course come on come on take a look maybe you'll find something to add to your arsenal what's that kalash okay what's that tamla this is the thomas okay hmm that's down if you need a weapon come back i'm not going anywhere what's that 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 hmm okay that's it okay wait can we here what's that zieloptik hmm that's not bad and you need to have to put um Na komm, Eingabe. Das ist jetzt angebracht. So, okay. Lauf, was haben wir denn da? Verringert wird, okay. Drückt das Mindungsfeuer, dämpft ein Schalldämpfer. Hm. Okay. Hm. So, noch das benutzen. So, okay. Dann. Tier, was ist denn hier neu? Stiloptik, Lauf. Achso, nur Schalldämpfer, okay. Hm. Lauf. Dämpft den Knall und verringert die Streuung. Ich weiß nicht, wie der Schalldämpfer verringert, was geringer Schaden zur Folge hat. Hm. Naja. Verschiedenes. Der Kolben und der Griff, okay, das ist ja eh schon dran, okay, tschüss. Komm wieder, wenn du etwas brauchst. Yep. Werde ich tun. Was hast du? Was? Munition und so, okay. So, dankeschön. Scharfschützen, Gewehrmunition. Ja, woher findest du diese? Kann ja ein bisschen kaufen, was soll's. So, hier ist alles gut. Schock, aber Filter. Wir hatten hier niemand Filter. Diese Leute kaufen nicht nichts. Ich hab was gekauft. Was willst du denn? Okay, interessant. Hm. Ein richtiger Zug. Ja, gut. Bin ich hier verletzt, oder was ist hier los? Ah, okay, ich war verletzt. Hm. Gein Medikid, okay. Ja, tschüss. Bye, bye und, okay, wir müssen Leute befreien. Na schön. Kann ich hier nicht. Kann ich nicht mit dir reißen. So, macht's gut. Ich werde euch helfen. Oh, was ist das denn? Huch. Mist. Warte, mach das nochmal an. So, dankeschön. Hey. So geht das jetzt automatisch aus? Das war aber vorher nicht so. Oh. Gut, vielleicht. Ja, um getarnt zu sein, schätze ich mal. Hm. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nö, 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 es macht er nirrt. Shit. Oh, bist du, du Schwein. Was ist denn, Scheiß? Nein, bist du tot? Fuck. Moment. Ich will sie retten, verdammt. Na, verdammt, am Mist. Okay, jetzt muss ich wieder einkaufen, na toll. Ah, verdammt, am Mist. Verdammt, am Mist. Das war ja beschissen. Mensch. So. Na, wir sind jetzt ein bisschen gespart. Wir sind fehl von vorhin. Verhindert. Toll, dass wir das wieder zuhören. Ah, ich muss auch warten. Tja. Ah, wie siehst du aus? Oh. Ein echter Krieger. Tja, du. Alles gut. Hm. Ist auch alles gut. Tja, ein Tier. Hm. Okay. Ja, ein Held. Mhm. Held. Tja, ja. Okay, jetzt können wir weitergehen. Darauf muss ich warten. Okay, ich muss mich beeilen. Um diese Frau zu retten. Moment. Das kann ich schon looten. Ganz schnell. So. Okay. Der Rest muss später gelootet werden. So. So, geschafft. Alles gut. Oh Gott. Äh, wer sagt das? Hm. Na, diesmal habe ich gerettet. Sorry wegen letztes Mal. Na, wer ruft denn da? Hm. Hey. Oh, nimm das. Hm. Ja, verdient. Blöder Sack. Hm. Tja, ach du Scheiße. Okay, hier war eh kein Loot mehr. Okay. Dankeschön. Ah, diese Scheißbanditen. So, kannst du laufen. Komm schon, geh zu den anderen hin, da bist du sicher. Nein, ich weiss, es war schlimm, aber jetzt ist es vorbei. Du musst nur dahin gehen, dann bist du sicher. Tja. So. Okay. Okay, jetzt nichts mehr, na schön. Okay. Da, setten wir. Hm. Was hast du da? Ah, okay. Diese Waffe. Hm. Okay. Dann mal weiter. So. Aber schön leise. Jetzt kommt, feindliches Gebiet. Oh, shit. Hat der einen Minigun? Ah, nee. Oh, shit. Mist. Okay, wo ist der? Wir müssen zuerst diesen Typen befreien. Das ist ja so. Komm schon. Wirst du mich verarschen? Ach, dann halt so, steh auf. Miss ist er tot. Ah, du lebst noch. Gott. Puh. Warte, musst du erst looten. Na gut. So. Okay, gut zu wissen. Na, warte, vielleicht noch looten. Warte noch etwas. Eine Falle, okay, interessant. Oh, okay. Ach, okay. So ist er gestorben. Wegen das da. Okay. Hm. Ist er wirklich daran gestorben? Der da. Da ist doch einer hingerannt. Ja gut, da gehe ich hin. Wie viel Messer habe ich? Ein Messer, okay. Dankeschön. Ach, okay, hier sind die hingeflogen. Äh, warte kurz. Hier noch kurz nachschauen. Da ist nichts, okay. Ach, schade. Äh. Drei Messer, okay. Ich glaube, das können wir leider nicht mehr mitnehmen. Ist vorbei, oder? Ach, shit. Hm. Müssen wir, Katrin hat so ruhig lassen. Ach, wie traurig. Ach, wie traurig. Hm. So. Okay. Moment. Dankeschön. So. Hm. Schade. Ach. Du, 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 du. So. Gut. Na schön, Katrin. Oh, da kann ich benutzen. Ach so, du hast das wegbewegt. Ach so. Ja, mach mal. Okay, dankeschön. Ich dachte, wir müssen jetzt damit reisen. Okay, jetzt aber schnell durch. Aha, kannst mir gar nix. Kannst mir nix. So, jetzt aber schnell weiter. Okay, noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich es nicht verpasst habe. Wenn es so was war, dann lass mich nix. Okay. Die schauen sich rum. Was haben wir denn hier? Hab ich da was verpasst? Lass mal sehen. Pandeten erst eintrück, okay nix verpasst. Ich erinnere mich, wie Pavel im Gefangenenlager der Faschisten sagte. Man kann nicht jeden retten. Du musst dich für das geringere Übel entscheiden. Wahrscheinlich hat er recht. Hm. Aber ein Gedanke nackte seitdem an mir. Wir sind alle verdammte Helden, die die Menschheit retten wollen. Die Faschisten bringen jeden um, egal wie geringfügig er auch mutiert ist. Die Kommunisten wollen alle in einem gemeinsamen Staat pferchen und so den Frieden in der Metro herstellen. Und ich habe, um die Menschheit zu retten, ein komplettes neues empfindungsfähiges Volk ausgelöscht. Hmhm. Wir reden von Rettung. Während wir töten, töten, töten. Und es war schon immer die Arzt der Menschen. Ja, wie wahr. Tja. Und es wird sich nie ändern. Hm. Ja, wer sagt denn das? Hm. Hier ist nix, okay. Flit, 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 flit. Okay, da kommt einer. Hm. Besant. Nee, nee. Hier ist nix. Hm. Okay. Tja, einer ist schon mal tot. Da ist einer. Oh. Warte mal. So, schön erwischt. Und die Rauch. Mist. Doch nicht. Hat der aber nicht gehört. Gut, gut. Schön, schön. Drittel jetzt um. Da vorne ist noch einer. Schön. Gebt mal das Messer her. Dankeschön. Den sind wir noch unsichtbar. Ah, das ist ein Schlüssel. Okay, nice. Das heißt, hier ist wieder ein Safe. Okay, das sind zwei Typen. Und wo ist der? Da, in diesem Zwischengang. Sieht gerade so aus. Hm. Was war das los? Ja, wer sieht mich denn da? Man, wieso kann ich da nicht aufklettern? Kommt der hierher? Hm. Okay. Du, 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 du. Hm. Okay. Was ist denn hier? Alarmglocke. Okay, interessant. Gut zu wissen. So, gute Nacht. Hm. Hier war nix. Hier war nix, 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 nix. Wer hat da was gesehen? Was ist los? Habt ihr. Hm. Wer hat mich gesehen? All right, let's move. Look for him. And be careful. Na, passt auf. All right, Bomber, let's move out. Where is he still? Nicht erwischen lassen. So, na, hier. Just clear. Hm. So, schön erwischt. Hm. Ja, wer ist denn noch hier? Äh, du machst mal hier kein Alarm. Lass das. Ja, let's move. Wer rennt denn hier? Hm. Aha. What the fuck? Okay, da hat er ne Schrappflinte. Okay, so wollt ihr also spielen. Und so? Vielen Dank.